Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in C aus Textdateien lesen könnt. In C bzw. in Xcode legen wir sofort los. Und zwar markiere ich mir erstmal hier die Main.C-Datei hier und Command plus N öffnet hier ein Fenster und in der Rubrik Other sehe ich hier den Antrag Empty. Das ist eben das, was wir hier anwählen sollten. Dann hier auf Next und hier gebe ich einen beliebigen Dateinamen an für die Textdatei. Text, Datei und hier auf Create. So, dann habe ich jetzt die Textdatei. Jetzt kann ich hier einen beliebigen Beispieltext hineinschreiben. So, das kopiere ich hier. So, sehr origineller Text jetzt hier. Also, gut, wir wollen ja hier nicht den Literatur-Nobelpreis absahmen. Ich meine, gut, wenn er uns verliehen wird, prima. Da nehmen wir ihn natürlich entgegen. Aber hier geht es in erster Linie darum, ums Programmieren. So, und jetzt wieder in Main.C. Das nächste, was ich hier mache, ist, ich lege hier eine Konstante an für den Dateinamen. Das mache ich diesmal über Define, Anführungsstriche. Keine Gleichheitszeichen. So, und jetzt klicke ich auf die Textdatei, ohne diese loszulassen und ziehe sie hier rein. Und schon habe ich den Pfad zu der Textdatei hier. Und, ja, und dieser Pfad ist hier eben als Konstante abgespeichert. Dann in Main lege ich einen Datei-Zeiger an, den ich dann sinnigerweise mit FP abkürze. Ich lege dann noch eine Character-Variable an, die ich C nenne. Die brauche ich nämlich gleich. Wofür, das werdet ihr sehen. So, ja, jetzt, wenn ich aus der Datei lesen will, muss ich sie öffnen. Und das mache ich über FP, ist gleich Fopen. Jetzt seht ihr, dass die Funktion Fopen, die ja hier, ja, einen Zeiger auf eben diese Textdatei zurückliefert. Und dieser Zeiger wird eben im File-Pointer-FP nun mal abgespeichert. Also diese Funktion Fopen nimmt hier zwei Parameter entgegen. Erst einmal den File-Name, beziehungsweise den Pfad, der zu dieser Textdatei führt. Und das gebe ich jetzt mal hier ein mit k-file-path. Das ist eben, ja, die Konstante hier, die ich eben angelegt habe. Und hier der Modus. Also der zweite Parameter, ja, beschreibt den Modus, mit dem die Datei geöffnet werden soll. Wenn wir aus der Datei lesen wollen, dann wird hier R eingegeben. Es gibt noch andere Modi, auf die ich dann halt im Laufe weiterer Tutorials hier zu sprechen kommen werde. Ich werde euch auch zeigen, wie man in Dateien reinschreiben kann und so weiter und so fort. Aber alles der Reihe nach. In diesem Video geht es wirklich nur ums Auslesen einer Textdatei. So, und da hier beim Öffnen einer Textdatei hier einiges schief gehen kann, muss ich überprüfen, ob es schief gegangen ist. Wenn es schief gegangen ist, wenn die Datei aus irgendeinem Grunde nicht geöffnet werden konnte, dann soll das Programm beendet werden. Ansonsten wird, ja, hier der Code des Programms ausgeführt. Aber erst mal die Überprüfung. So, if addStatement, ach, Mensch, hier war doch hier, so, diese Autovervollständigung, die wollte ich haben. So, if fp gleich gleich 0, das heißt also, wenn hier die Datei nicht geöffnet werden konnte, aus welchem Grunde auch immer, dann wird der Nullzeiger zurückgegeben. Das heißt, wir können hier nicht mehr weiterarbeiten und entsprechend gebe ich hier in diesem f-Block die printf-Anweisung hier aus. Datei und beende hier das Programm mit return und, ja, return 1. Der return-Wert, falls man ihn dann auswerten würde, der würde dann anzeigen, dass hier dieses Programm eben beendet wurde, weil die Datei nicht geöffnet werden konnte. Das ist hier so ein, ja, könnt ihr so als eine Art Signal hier ansehen. So, und falls der File-Pointer eben nicht Null ist, dann heißt das also, es ist alles in Ordnung und, ja, wir können dann halt mit dem fortfahren, was wir ursprünglich im Sinn hatten, und zwar nämlich die Datei auszulesen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist hier eine While-Schleife zu programmieren und innerhalb der While-Schleife dann diesen Code hier, ich erkläre ihn gleich. Ich tippe ihn erst mal ein, das gleich fpc, fp und das ungleich dof und hier printf so, ja, was bedeutet das hier? Das bedeutet, also hier über fgc lese ich hier jedes Zeichen, also jedes Zeichen, das ich hier eingetippt habe, jeder Buchstabe, aber dazu zählen auch Leerzeichen, dazu zählt auch die Enter-Taste hier, die ich betätigt habe hier. Also jedes Zeichen wird hier einzeln eingelesen und in der Variablen c gespeichert. fgc nimmt einen Parameter an, nämlich den von uns angelegten Dateizeiger hier, und, ja, das wird hier so lange gemacht, also es wird so lange eingelesen, solange die Datei, solange der Dateizeiger eben nicht auf das Ende der Textdatei zeigt, denn IOF hier steht für End of File, also solange hier, ja, hier der Dateizeiger eben nicht hier ganz ans Ende zeigt, solange wird eben Buchstabe für Buchstabe eingelesen und, ja, nicht Buchstabe, sondern eigentlich korrekter gesagt, Zeichen für Zeichen wird eingelesen und eben dieses Zeichen gebe ich dann aus, hier über printf, Command plus R bringt jetzt das Ganze mal zum Laufen und hier sehe ich hier, dass die Datei hier tatsächlich eingelesen wurde hier, das ist prima, das ist wundervoll, ja, da haben wir was hier zustande bekommen, aber eine kleine Macke hat das nämlich noch, es ist immer ratsam hier, auch hier, ja, diese Datei wieder zu schließen, durch F-Close, das sollte man nie vergessen, F-P und, also dieses F-Close F-P solltet ihr immer mit eintippen und, ja, das ist wichtig, weil sonst Dinge passieren können, die nicht vorhergesehen waren, so, und hier ist wieder unsere Textdatei, beziehungsweise der Text, den wir in die Textdatei geschrieben hatten, jetzt kann es ja mal sein, dass ich hier, ja, Zeile für Zeile einlesen möchte, das geht, das geht auch, das kann ich hier durch eine kleine Variante der ganzen Geschichte machen, und zwar kann ich ja hier überprüfen, ob C hier, ja, dem, der Enter, dem Enter-Zeichen entspricht, also if C gleich gleich Backslash N, ja, dann, ihr erwartet das Programm darauf, dass ich hier auf die Enter-Taste drücke, dass ich die Enter-Taste betätige und, ja, und dann wird weiter gelesen, also, das würde jetzt so laufen, hier, Command plus N, äh, Command plus R bringt die ganze Sache wieder zum Laufen hier, seht ihr, jetzt ist folgendes passiert, und zwar wurde hier wie gewohnt eingelesen, also, die Logik, es wird eingelesen, dann wird überprüft, ob hier, äh, das, äh, das Enter-Zeichen, das Zeichen für die neue Zeile eingelesen wurde, das ist ja erst einmal nicht der Fall, und, äh, ja, in demzufolge wird der Code hier innerhalb des If-Blocks nicht mehr ausgeführt, das entsprechende Zeichen, das eingelesen wurde, wurde, äh, dann hier ausgegeben, und dann geht das so lange, bis dann tatsächlich hier, C, die Variable C, eben diese Enter-Taste hier enthält, und, äh, ja, dann ist nämlich diese If-Bedingung wahr, und, äh, ja, der Block, ähm, die Anweisungen innerhalb des Blocks werden dann ausgeführt, und das ist hier Get-Character, und diese, äh, dieses Get-Character hier, nimmt, äh, wartet einfach nur darauf, dass ich hier, ähm, die Enter-Taste betätige, das, äh, kann ich jetzt tun, und, Moment, dazu muss ich aber erst mal hier reinspringen, was kann ich jetzt tun, und schon kommt die zweite Zeile hier, und, ähm, ja, jetzt ist, äh, jetzt enthält C wieder hier, ähm, ja, dieses Enter-Zeichen, und, äh, das Programm wartet wieder darauf, dass ich hier, ähm, die Enter-Taste betätige, damit es weiterlaufen kann, noch einmal auf Enter, und schon kommt auch die dritte Zeile, ne, das ist hier, ähm, ja, eigentlich vorerst, vorerst alles, was es hier zum Lesen aus Textdateien zu sagen gibt, also, natürlich könnte man jetzt hier, äh, fünf Stunden Vortrag halten, oder, man könnte jetzt hier, äh, Gott weiß, welche Sachen zeigen, ich habe euch mal eine Variante gezeigt hier, äh, wie man aus Dateien lesen kann, und, ähm, ja, für das Erste sollte es das gewesen sein, in kommenden Videos, in künftigen Videos, ähm, ja, werden wir auch andere Varianten hier machen, unter anderem, werde ich euch auch zeigen, wie, wie ihr in, ähm, Textdateien hineinschreiben könnt, und, 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 ne, okay, aber, wie gesagt, für das Erste soll es das gewesen sein, äh, ich hoffe, ihr habt was dazu lernen können, ich hoffe, das, äh, Video hier hat euch, äh, weitergebracht, gebt mir einen Daumen hoch, und abonniert meinen Kanal, damit ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben könnt, bei, äh, zukünftigen Uploads hier auf meinen Kanal, denn, ja, wenn man halt, äh, zäh lernen will, dann, äh, macht dranbleiben schon Sinn, ne, denn, ähm, ja, das ist nämlich der Schlüssel zum Erfolg, dass man immer weitermacht, immer weitermacht, und, ähm, sich, äh, Wissen nach und nach aneignet, ne, okay, ne, so, das war das Ende meines kleinen Vortrags hier, ne, ich wünsche euch was, Leute, ich sag, Tschüss, Arrivederci, Bye, bye, und ciao, bis zum nächsten Video.